Das war knapp. Da hätt ich fast ein Pikmin angegriffen. Wär aber auch in Ordnung gewesen, ne? Nicht nur ein Pikmin, du hättest auch fast mich getroffen. Ja, aber du wärst jetzt schon tot, hätt ich dich treffen wollen. Stimmt. Dein Pfeil. Warum brenn ich jetzt? Ich bin tot. Geh mir jetzt was zu messen. So nicht, du schlumpf. Das reicht. Geh mir jetzt nicht. Geh mir jetzt nicht. Perfekt. So. Hallo Freunde. So. Hallo Freunde. Ja. Wir haben jetzt mehr genug. 48. Wir müssen nur dafür sorgen, dass wir irgendwie auch auf ein Schwertplünderung oder generell Plünderung bekommen. Frauen, ne? Und die macht's doch, die keiner haben? Nein. So 20. Mal. Frauen, ne? Ja. Das haben wir schon mal Tage, mein Schatz, hast mehr als vier Hotdogs gegessen. Nein. Das war denen dann auch scheißegal. Nein. Mach sie die Hotdogs. Frauen, ne? Ich versteh sie nicht. Aber das ist eine Rolle. Frauen, ne? Ich gehe jetzt nicht. Ich gehe jetzt nicht. Ich werde mal die gute Monsterfahrung zeigen. Dauert zwar ein bisschen, aber halt. Auch gerne Vorschläge, was man bauen könnte, ich habe eigentlich vor, hier ist ein Aussichtsturm, falls man geradet wird. Ähm. Um besseren Überblick, okay, Überblick ist es relativ, wenn man nicht alles voller Bäume hat. Was? Ihr wisst aber, was ich meine. Da war das, ne? Ich weiß es gar nicht. War das hier? Ja. So, da. Wollen wir mal ein paar Lippen? Lippenholen nicht. Oh. Das war nicht hier. Das war da lang. Ich wusste es. Ein Prank, Bro. Ach man. Hm. Ich nehme ich gerne die Pfeile wieder, ne? So ist ja nicht, ne? Warte, wenn man Verbringung. Ja man kriegt gerade das Fleisch raus. Goll. Wo war denn noch mal die scheiß Monsterfalle? Ich bin in der Orientierung so gut wie ein Pease-Toast. Da. In Tannenberg. Perfekt. Genau das wollte ich. Nichts mit Weizen. Ich hab heute ein Stück Braten und schwelle Fleisch. Ich finde es nicht gut. Okay, war jetzt eher so Semine. Brauchen wir noch eine Spille. Die gute alte Spille. Blöck habe ich nicht dabei, ne? Hier wo Blöcke. Slaps. Ne, auch nicht. Nein. Nein. Äh. Es macht die Tür auf, um mir den Kuss zu geben. Was los bei der Frau? Ich wiederhole mich, was los bei der Frau? Schwester. Ich habe den Bus. Superus. Der flash proces delay der Druck betrachtet. Ja und تو хозяin. Naja, ich Prozent Elf Stück wohl noch ein paar Steigchen und und direkt auf den Fassenden verlieben Perfekt von der Berufe ein kleines Landvorteil das ist das Recht anscheinend schon Okay. Hoch. Okay, baue ich mich halt noch mehr durch, ne? Es ist noch nicht so hoch, stimmt. Deco-Elemente, Freunde. Okay. Okay. Ich bin auch schon da. Okay. Okay. uch uch Borschung Postnix Moron es wurde auf alles mit der Ruhe ja mein Engel Los Freunde, ihr müsst auch schon droppen Minecraft Dropper David Dropper fehlt und Konsorten Jaja der Angriff der Klerkragen Testfiller Kragen man weiß es nicht Perfekt Postnix und mit Bücher ist denn die Berge die Hotbox ist so ich hier ist Spentierer es zu recht ja babe guck mal ich koch dir was schönes und da ist die fette Miene von der ich vorhin sprach am Anfang klatsch was ist hier was ist passiert will ich wissen möchte ich es nicht wissen okay ins Bett gefallen oder was was da los ohne ohne das leichten und leichten Unterhaltung das war traurig ja geht kann ich das nicht bestätigen ob ich das so traurig finde wie du Dreck Dreck räumt den Magen auf Dreck räumt den Magen auf Dreck Dreck und Dreck kommt das Widerste 30 werden Dreck 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 trotzdem vertraue ich ja auch geht eben Pferde Experience Poins natürlich bist du ich verarschen hallo monster darauf einen neuen die white pineapple flavor monster energy im angebot moment das sind nicht an die europa 30 durch sie nicht gehen sie nur nicht mein Leben der Tour und Natur bin ich ich möchte werden manchmal manchmal und da hat man gehört kann ich so nicht bestätigen wenn ich auch so nicht bestätigen werden können das so Plünderung Brüder wie sie am besten Plünderung bekommt ich denke mal Bibliothek oder das k sexuell k ich bin das geräusch wenn die bambus in die bambus dinge ineinander brechen ich könnte einfach weinen erst ist mir mein hotdog runtergefallen ja so musste ich erstmal fußboden sauber machen weil auf meinem hotdog ist jetzt habe ich das nächste problem mir das letzte stück von meinem hotdog auf meinem pullover gefallen jetzt habe ich senf auf meinem pullover ich finde dass das daraus kann man schon eine geschichte für frieden machen ich habe das gelätschädel kommt mal hier mein schatz wo bist du im trade city im trade city ich möchte dir etwas geben das traurige ist es passt auch noch er das tut es so dass wir ein problem wird bekommen am besten fliegerung hast du bücher hol uns das mensch hat sich holen das ist eine verzauberung für das schwert wird kreaturen der gegenstelle fallen lassen nicht jedoch mehr fangspunkte so schön ich mache uns pländerung und du machen was anderes zum beispiel fragen warum ich viel mal werbung stream habe ja warum weiß ich nicht weil ich habe das nicht eingestellt tatsächlich ich auch nicht doch du hast das bestimmt war das tatsächlich nicht ich entschuldige mich für jeden der gerade irgendwie vier mal werbung und über eine minute werbung hatte ich muss alles noch mal einstellen aber eine werbe pause hat man ja gesagt das haus tatsächlich von allein hat sie gesagt genau das habe ich nicht gesagt so tut man sich also um mutigen oder um künderung und ich bin auch voll dabei du machst du irgendwas anderes ja weil wir brauchen unbedingt englisch mögen wie macht man bücher leder und papier immer das verdammte leder und das verdammte papier ich kann das rufen ich bin auch voll dabei schutz effizienz effizienz ich kann doch trotzdem nachgucken wie bist du da hoch gekommen um die kürbisse durchschuss aus dem hausen durchschuss 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 ist nur armbrust effizient stärke stärke habe ich auch drauf nee stärke habe ich nicht darauf so t t t t t t damit ich nicht verliebe t 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 Leder, dann haben wir die wieder.